Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Techit Vulkan mit dem Sammy. Ja, wir haben einen wunderschönen Mondaufgang hier, Riesenmond. Wir waren letztes mal am Atomkraftwerk. Da fliegt man gerade mal fix zurück. Hier noch so. Das ist hier so ein bisschen. Ja, die Tasche, da war es. Erstmal ins Bettchen huschen. Ja, der Säure lief wieder eine ganze Weile. Das heißt, meine Query kam ja auch wieder gut voran und hat ziemlich viel wieder gefördert. Let us look. Oh, was war denn das? Hier, wenn ich mich nicht täusche. Ja, hier sechs Quarts wieder und hier ist auch alles schon voll. Auch nochmal sieben Quarts. Ja, das lief schon ganz ordentlich hier. Iron, iron, iron. Ist da auch noch ein bisschen Copper dabei? Nee, doch da unten. Bei Copper wird man ja in absehbarer Zeit ziemlich krass brauchen. Da werde ich mir gerade mal wieder ein ganzes Stack hier reinmachen, den Kompressor gleich, damit der schon mal läuft. Der Extractor muss das auch schon mal nicht machen. Hier habe ich auch noch ein bisschen so. Genau, ich war an dem schwarzen Basalt dran und deswegen habe ich dann hier, glaube ich, gerade Basalt. Okay, was auch immer das hier für einer ist. Den könnte ich ja für die Ecken nehmen. Wie geht denn der? Auf R sehe ich das, glaube ich, aber nicht hier drin. R? Nee, doch. R? Einfach ein normaler Basaltblock ins Ding rein. Okay, weil die sind an sich eigentlich auch nicht schlecht. So, die sind auch schon durch. Ja, in dem Fall, ja, wo waren wir denn draußen dran? Und wir waren am Reaktor dran und, ja, am Reaktor bauen. Aber jetzt muss ich mal fix angucken, wie diese aussehen. Wenn ich da mal, hm, vielleicht zehn Stück davon mache. Äh, das Ganze in schwarz. Ich weiß gar nicht, wann ich die mal gemacht habe. Zufällig. Unbeabsichtigt. Maybe. Hoppahio. So. Und wenn ich die hier dann austausche, ähm, hier. Und da jetzt die hier nehmen. Ja, die sehen ja auch eigentlich nicht schlecht aus. So, vom Ding her. So heißt Abgrenzung. So vielleicht. Und dann machen wir mal hier noch ein paar rein. Mhm. 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 Hier kommt eigentlich wieder, ähm, dann der andere Stein hin. Eins, zwei, drei, oh, das ist ein bisschen zu hoch. Ich weiß nicht, ich glaube, die Höhe hier. Da unten noch einer. Und dann, ah, ah, na, hier rein. So. Oh. Der eine war nix. So. So, so. So, 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 so. Und so. Und dann hier reißen wir nochmal ab. So. Und wie sieht das das Ganze so ein bisschen von... Naja, doch. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hm. Die gefallen mir sogar richtig gut, die Steine. Das Schaf hier gefällt mir jetzt nicht so arg. Komm, 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 komm. Weg hier. So, so, so. Und. So. Jetzt machen wir das mal wieder ein. So. Dann können wir nämlich wieder gut arbeiten. Auch wenn es viel zu schnell ist. Oh. Oh Gott. Viel zu schnell. Okay. Jetzt habe ich eh keinen Stein mehr. Aber ich habe noch ganz viel, was halt... Ah, dann machen wir hier nochmal, äh... Weiß ich nicht, wie viel soll man denn davon machen? Keine Ahnung. So, vielleicht. Und dann kann ich mir noch ein bisschen von dem hier machen. 36 Stück. Ja. Und wird es schon wieder Nacht, so wie es aussieht? Den Eingang? Hm. Mach ich auch mal. Habe ich keine Energie mehr? Doch. Ah, okay. In der Luft. Wow. Aber... Oh, wieder ausmachen, so. Das ist etwas ungeschickt auf die Taschen verlegt, muss ich sagen. Aber gut. So. 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 Und so. Ja. So. Wobei... Hm. Vielleicht kommt dann oben rum auch noch ganz so ein Ding. Weiß ich noch nicht so richtig. Ich glaube so, die Türe wird normal groß. Und hier und da. Toggle Sprint Assist. Ja. Da habe ich dann wieder aus und wieder eingemacht. Immer so ein bisschen... Ah. So. Mhm. So, als Eingang ist das doch gar nicht so schlecht. Da muss ich mal gucken, wie hoch das Ganze wird. Damit man auf die Reaktoren sieht. Das hier wird die Halle. Ja. Dann machen wir hier das Gebäude noch ein bisschen höher. Ja. Mal schauen. Dann. Hier wird wieder normal. Dab, 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 dab. Dab, 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 dab. Und, ja, ich brauche ganz viel Basalt. So. Ha? Mal überlegen. Das hier wird auf jeden Fall so hoch. Ja, jetzt geht es mir ganz aus. Das heißt, jetzt ist erstmal Basaltproduktion angesagt. Oh, das langt nicht ganz. Wapp. So. Ähm. Hier laufen wir lieber wieder. Na, komm. Na. So. Man sollte ja auch den richtigen Button drücken. Hier habe ich noch zwei Eggs. Die hole ich mal hier raus. Was habe ich hier noch? Rabbitree Sabling. Äh. Sieht. Rabbitree Sabling. Der komische Sack. Äh. Knochen. Ja. Ah. Shard of Minion. Ne, die habe ich, glaube ich, irgendwie so stehen. Yes, yes, jor. Ähm. Der ist durch. Das heißt, denn hier kann man einmal komplett wieder schmelzen. Hier habe ich nichts mehr. Okay. Dann haben wir hier nochmal Copper rein. Ähm. Copper, Copper, Copper. So. Ähm. Hier haben wir auch wieder ein paar Platten. Machen wir gerade nochmal einen Copper Stack. Oh. Per. So. Ähm. Das auch hier rein. Und. Jo. Jetzt müssen wir halt wieder warten. Was wir so gerne machen. Äh. Können wir ja mal schauen, was wir alles brauchen für unseren Reaktor. Wir brauchen einen Nuklearreaktor. Einen Nuklear Chamber. Und. Naja, von denen brauchen wir drei. Drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Stück brauchen wir von Denne. Das heißt, vier Platten. Ähm. Ähm. Neun, achtzehn, siebenen, 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 dreißig kupferplatten brauchen wir davon. Und wir haben jetzt Copper. Sechzehn. da kommen die nächsten acht ja das braucht alles ein bisschen basalt noch zwei stacks können wir hier wieder machen bei der geht im ofen so schön schnell was haben wir hier rein so so da können wir ja erstmal die hier alle machen und ja da warten wir mal auf dennoch da könnte ich noch ein bisschen rabo machen weil ich ja dann auch noch hier das sicherlich irgendwann braucht wenn ich schon hier bin jetzt habe ich rabo wird noch hier im system das wollte ich auch nicht hier drin da drin war ich auch nicht hier so gab es andere sticks hier wo sind sie denn jetzt hier sticks netten die gleichen ok hier würde noch etwas copper fertig mal in die kiste schauen sind copper gab es auch noch mal ein ganzes deck da ich auch noch mal 28 also das dürfte auch schon einiges hergeben so machen wir noch mal basalt quatsch so und so und so und so und so und da haben wir gerade nichts drin so und so und so so ok 4 2 6 gibt es dann auch jeweils wieder sehr dann geht's ab nach dahinten ja so langsam nimmt das doch form an hier schon so und dann tun wir mal die ecken hier noch zombie hier wieso wo kommst du her so so und dann noch eins höher so so und so und hier das tue ich noch mal weg hauen und das hier auch so und so da kommt kommt bei denen normaler was halt raus weiß ich jetzt nicht ach so bei denen bei denen unbehandelt dann jetzt hat er das kann sein gut das war eins zu hoch so steht schon die zweite wand und wir werden schon wieder hier eingedunkelt aber das soll uns nicht weiter stören so und diesen hier ich glaube das dürfte ganz gut sein das war nichts weg hier so der hier auch nicht der hier auch nicht habe ich keinen mehr davon schon wieder leer geht schneller als man denkt ja in dem fall gehen wir gerade wieder ins bettchen und ich nun muss nach meinem name ein chat pack an sich passt eigentlich noch aber ich kann es glaube ich mal doch auf maximum stellen damit das hier voll raus bürstet so gut und dann kann ich schon mal meine dinger wieder austauschen habe ich noch was zu essen ich habe nichts zu essen so wie es aussieht da habe ich auch nicht mehr wirklich was da ist auch doch das gibt ein brot zumindest wenn ich es richtig gesehen habe ja besser wie nix so und weg gefiedet gleich aber soll mich nicht weiter stören so das halt der geht schon ganz schön schnell weg hier hätte ich nicht gedacht so hier brauchen wir wieder dann tun wir mal hier einfach rein und dann da raus so so und von dem normalen habe ich noch mehr als genügend das heißt das müsste eigentlich schon auch passen und jetzt brauche ich aber dringend was zu essen einmal fix ins bett und dann nehme ich mir hier mal das feld wieder vor solange die da hinten verbrennen oh ne die wollte ich gar nicht abhauen ah verdammt brah 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 alles meins so ähm und jetzt noch fix nach pflanzen ich glaube hier so brennst du nicht weil du im wasser stehst du machst Sachen keine gute idee ja komm jetzt auch sieht's hin ich brauche gerade keine Strings verdammt ich sollte mal gucken ob man das nicht irgendwie umstellen kann damit man die felder nicht immer zertrampelt das wäre echt vorteilhaft hier bei mir geht bestimmt relativ einfach so kann ich ne kann ich nicht muss ich muss ich hier rein und darunter und darüber und ich glaube das haue ich auch fix in den Ofen so gesund ne ein Messerader war das da kriege ich nämlich mehr raus ne ja genau ähm 8 8 8 so dann kann ich mir nämlich fix ach so da kommen direkt Brote raus oh perfekt das ist ja viel effektiver na super so gefällt mir das so hm ja allein zu einem Atomkraftwerkbau ist gar nicht so einfach ne so voll von Hand und so Ach, perfekt. Läuft! Da soll eben gerade keiner hin. Genau. Hier nicht. so hier noch wo ist denn mein anderer stein hier mein grenzstein so 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 ich glaube so müsste wieder passen wenn wir wieder nicht so ganz sicher das habe ich wieder irgendwas ausgeschaltet einfach ungeschickt das ist auch ungeschickt so dann haben wir die wand nämlich auch schon drin ich glaubt es müsse noch eins höher sein ja so und habe ich da ist irgendwo noch ein loch drin ja na so nicht so dass hier weg das habe ich nicht und jetzt geht mir nicht schon wieder der stein aus das dachte ich schon haben wir den turm jetzt komplett in dem stein das wird ja auch gut aussehen vielleicht so vielleicht wenn wir denn komplett so machen noch mal dürfte so rein das hier und dann vielleicht sieht das gut aus ich weiß es noch nicht bin mir da noch nicht so ganz sicher ich lasse es mal dann hat er auf jeden fall eine abgrenzung das war das war die sache hier ja 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 da 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 dennoch und wow ich könnte ja mal ein bisschen dörd rein stopfen bisschen löcher flicken so gut okay ich bin mir noch nicht so ganz sicher mit dem mit dem turm komplett in der wand vielleicht auch nicht mal mal gucken wie das dann nachher aussieht wenn es denn dann steht so das war es dann auch schon mit dem stein heute weil ich keinen mehr habe und zeitlich auch schon wieder gut am ende bin in dem fall sind wir schon besser weiter bis zum nächsten mal euer sami bei bei so